Die Berliner Grünen-Bundestagsabgeordnete Lisa Paus wird neue Bundesfamilienministerin. Das habe der Bundesvorstand der Grünen entschieden, hieß es aus Vorstandskreisen. Die 53-jährige Paus wird wie Spiegel dem linken Parteiflügel zugerechnet. Sie gehört seit 2009 dem Bundestag an. Die ausgebildete Volkswirtin war bisher stellvertretende Grünen-Fraktionsvorsitzende. Paus tritt damit die Nachfolge der zurückgetretenen Familienministerin Anne Spiegel an. Diese hatte am Montag ihren Rücktritt erklärt. Die bisherige Familienministerin Spiegel war am Montag im Zusammenhang mit Vorwürfen ihrer Arbeit als rheinland-pfälzische Umweltministerin in der Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 zurückgetreten.